Musik Also wir haben ein ganzheitliches Integrationsprojekt und Konzept mit einem Integrationsbeauftragten, der in Vollzeit für die neuen Fachkräfte aus dem Ausland zur Verfügung steht und wir eben auch mit einem Deutschsprachkurs den Fachkräften die Möglichkeit geben, Anschluss zu finden. Wir machen hier mit, damit wir sichtbarer werden, dass andere Unternehmen sich ein Beispiel nehmen, dass man mit unserem Integrationskonzept an neue Mitarbeiter kommt. Wir wollen hier gewinnen, weil wir eben ein gutes Beispiel sein möchten für andere Unternehmen auch, um Fachkräfte aus dem Ausland die Möglichkeit zu geben, Anschluss zu bekommen im deutschen Arbeitsmarkt und eben, dass viele Unternehmen eben an weitere Mitarbeiter kommen. Musik 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 Musik